Realty Please open your eyes to reality It's more than a dream Wir haben ja heute hier eigentlich Die Wiebke und die Tasia Ja, super geil Die erzählen uns jetzt mal wie sie sich fühlen nach ihrem großen Triumph Ich habe mich sehr gefreut, dass ich den Anruf gekriegt habe und habe damit, weiß ich nicht, ob ich damit wirklich gerechnet habe Also ich denke mal erstmal nicht Und ich bin dann auch direkt auf die Seite gegangen und habe mir das alles angehört und angeguckt und war total umweltlich und begeistert Super Ja, was soll ich sagen Da kann ich nicht viel nur zustimmen Ich habe mich echt total gefreut und war alles voll unerwartet Ja, und ob man da wirklich mit gerechnet hat weiß keiner so genau Und ja, ich bin voll glücklich Wir sind übrigens auch voll glücklich, dass wir so super Talente gefunden haben Wer hätte es gedacht in so einem kleinen Ort wie Saarbeck Aber wirklich coole Leute dabei gewesen Beziehungsweise die allerbesten natürlich Muss man sagen Trotzdem vielen Dank an alle, die mitgemacht haben Aber die allerbesten sitzen hier Ja, darf man ruhig mal sagen, denke ich Du bist Saarbeck Ja, und ich bin Saarbeck Und ihr seid Saarbeck Ja, cool Ja, cool Du bist